Hallo! Willkommen zu einer neuen Folge von ERAGON! ERAGON! So, es geht los! Wir sind in einer komischen Höhle und... Was machen wir hier eigentlich? Wir sind auf jeden Fall in einer komischen Höhle, da bin ich mir sicher. Okay, dann... Startbutton? Ist ein Startbutton... Was muss ich jetzt hier machen? Seltsam... Deswegen hätte ich ein bisschen angefangen... Check ich irgendwie nicht... Warte mal... Ach ja! Meine Fresse bin ich doof! ERAGON! Spring ab! Gut, jetzt da geht das los! Gut, so, so will ich das sehen! Hm... Ich hoffe einfach mal, dass er mich nicht trifft! Ah, ja! Da... Wie können diese komischen Rollen machen? Da... Diese komischen... Ich räume mich jetzt hinter dich... Rollen! Voll dämlich! Nerven total! Na, letzte! Na, das kennen wir! Das sind ja meine kleinen Legs immer! Genau! Und jetzt wieder das hier! Na, tschüss! Na, tschüss! So, dann gucken wir mal hier! Wow! Wäre so ein bisschen ehrlich gewesen, wäre ich mit runtergefallen! Aua! Sack! Na gut, da ist noch den hier! Den hier! Oh, total ist den hier! holen. So. Gut, alle geholt und dann gehen wir mal nach oben. Aha. So gefällt mir das. Weiter geht's. So. Die hier zermetzeln. Den hier. So. Ich will auch nicht sterben. Okay. So. Irgendwie im Finist of Persia fühle ich mich da. Wie war das nochmal? Ah. Firepower. So zerst. Achso. Sehr nice. Bin ich halt Level abgegangen oder was war das? Ich geh mal hier weiter. Oh. Geh mal hoch. Alles klar. Ah ja. Ne. Ich denk mal hier geht's weiter. Da wo ich schon hingeschaut hab. So. Hips. Firepower ist geil. Das ist mein Favourite ey. Ist ja gut. Ah fuck. Falsche Taste. K ist Firepower oder? Oh oh oh. Pasinga. 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 So geil. Hm. Hm. Ja. Ah. Ich fehle mal. Die kann ich wenigstens hier zerstören. Piss dich. Warum machen wir das nicht heute? Feuer. Feuer ist. Stirbst du. Hab ich gesagt. Affe. Ach. Ach. Ich geh einfach weiter ey. Was ist das denn ey. Hips. Ja. Komm. Geh jetzt hoch. So. Hm. Was zur Hölle. Man, das heißt hochgehen, ne? Aha. Idioten. Einfach schnell durchrennen. Der andere verreckt sowieso nicht. Gott. Was war das denn für ein Spack. Hör mich an und deswegen pisse ich mich jetzt. Ach. Natürlich. Ich muss mir da in die Ecke rein. Aha. Also irgendwie kannst du dir so freuen, dass wäre das jetzt gerade nicht schwer zu finden gewesen. Ich meine das war ja sowas von offensichtlich. Ach egal. Aua. Mach Hände. Na komm. Na ja gut. Das hätten sie wirklich besser platzieren können. Aber egal. Ach so. Dann geht's wahrscheinlich hier weiter. Ach so hier. Ach so. Ach so nochmal. Ach so. Ach so nochmal kann man gar nicht. Ah. Ich dachte, das ist so gedacht. Dass man da jetzt runter geht. Ach so. Ja, du kannst hier aufhören damit. Wie geht's jetzt hier weiter? Öh. Okay. Das ist mir jetzt ein Rätsel. Das ist mir jetzt ein Rätsel. Das ist jetzt ein Rätsel. Ich geh mir hier her. Vielleicht hier hin. Hm. Oh, vielleicht müssen wir hier wirklich alle killen, ey. Aber eigentlich. Ha. Ach egal. Kill ich den halt schnell. Ja, ich weiß. Du hast Leiden. Das Kabel nervt mich gerade. Okay. Was ist das? Was ist da eigentlich? Hat der gerade ins Leere geschossen oder wie? Affe. Du bist hässlich. Du bist richtig hässlich. Siehst du das nicht? Dein Gesicht ist voll so ein Schreckteil, wo man sich voll voll erschreckt. So. Jetzt vielleicht kann man hier rüber. Ach, immer noch nicht. Gott, vor allem kommen schon wieder welche oder was. Ach du Schweißer. Kimmel ja auch noch hier unten. Ach egal, ey. Das kann doch wohl nicht sein, dass es wegen so ein paar Kills nicht mehr weitergeht, ey. Kannst du mir doch nicht erzählen. Wie ist es da hoch? Und du findest jetzt deinen scheiß Weg, wie es weitergehen soll. Vielleicht hier irgendwo. Ne. Auch nicht. Das ist komisch. Ja, aber hier ist nichts mehr. Klar. Okay, Leute. Einen Moment. Ist er wieder da? Ich hab jetzt geschaut, darauf hätte ich eigentlich auch selber kommen können. Aber naja, bin ich halt nicht. Pech. Ist hier und dann. Ja, aber komm, wenn man das Spiel nicht kennt, dann ist es jetzt aber auch nicht so einfach rauszufinden. Ah, und jetzt müssen wir uns hier entlanghangeln. Wenn ich das richtig sehe. Und hier hoch. Hier entlang. Hier rein. Hallo. Dann da runter. Na, verdammt. Ich schneide das hier. Wie geht's weiter? Jetzt. Ach, geil. Halt die Schnauze, Bastard. Ich friss Feuer, ey. Ja, ja, ich will mein Krafthaus drücken immer. Aber ist doch wahr, Alter. Ich soll mal seine Schnauze halten hier. Ha. Verstehe ich schon. Ja, macht mal hin, die blöden Steine hier und unnützen. Oh, guck mal hier. Ja. Mach doch. Hä, was war das denn jetzt? Fail? Fragezeichen. Geh mal hier rein. Guck. Irgendwie... Ach, so hangeln. Ja, klar. Was heißt da runter? Na, du Schnauze. Ja. Hau mir auf den Rücken. So ist richtig. Wow, wow. So. Aha, aha, aha. Du versperst mir einen zur Tür, Mann. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ach so. Ja, wenn du's nicht lassen kannst. Aragorn, du musst jetzt nicht unbedingt die durch die Wand versuchen anzugreifen, wenn da direkt einer vor dir steht. Ach, bist du belöd, ne Junge? Schau mal, ich drück jetzt die ganze Zeit durchgehen, ne, und ich hab einfach die keine Chance, den Scheiß zauber zu wirken. Und jetzt frisst Kacke da drin. Zack. Da, willst du mich mal mehr anlegen? Scheiß drauf. Kleine Runde. Wie kann ich mich da auch nochmal? Da, nimm das. Nimm das. Und ich hau dich um, du. Ängste, du träumst. Mal gucken, was muss da eigentlich irgendein... Was hab ich denn jetzt eigentlich gemacht? Ach so, hangeln. Ich hab beim Hangeln, ey. Das peile ich aber auch nie. Mal runter wieder. Richtig. Hast du brav gemacht, Aragorn. Hast du gut gemacht. Gut, weiter geht's, weiter geht's. Falsch. Ah, doch. Hier ist doch irgendwas noch hangeln, oder? Ich sieh's doch. Ich kann mir mal nicht erzählen, das sieht doch ein, das sieht doch jedes Kind, dass da ein Dick nach oben ist. Ha. Wie, hier ist nichts. Muss da sein. Wie denn dann? Eredon. Ah. Ein unsichtbarer Felsspalte. Checkpoint. Und hier. Oh. Fail. Wenigst bin ich nicht gestorben wie das eine Mal da. Muss ich selber ins Wasser gehauen haben, irgendwie. Ja. Du kannst runtergehen jetzt. Flotti-Kaotti. So. Hochstirmen. Hier und da. Ah, jetzt probieren wir das nochmal. Okay. Das ist easy. Sagst du mir schon, dass man da nicht drüber laufen kann. Hallo. Guck mal, dass ich den Eingauers dem entgegenlaufen. Hey, Idiot. Da nicht weiter. Ist zum Vermuten. Obwohl, wie jetzt. Komisch, seltsam. Pisst euch mal. Idioten. Immer noch. Whatever. Ihr könnt mich alle mal. So. Hier rüber. Was ist da eigentlich, du Schwanz? Was ist denn jetzt los? Oh, jetzt verpisst dich endlich. Oh, und schau, der zentet einen da draußen an. Dann wird mir aber auch irgendwas kotzen. Ist das wieder so ein Fake gewesen, oder was? Oder können wir jetzt hier draußen. Oh, ihr habt doch echt alle. Pisst euch doch mal alle von mir. Ah ja. Verstehe. Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Halt die Schnauze. Oh, Alter. Was für ein Affe ist das denn, Alter? Da, 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 da. Da, im Arsch. So, Leute. Bin wieder da. Merfigen. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich glaube, hier rein irgendwie. Glonanheeltappen hoch, sowas. Was ist jetzt hier? Was ist du denn eigentlich? Piss dich. Du Ratte, Alter. Hässliche, kleine. Ratte, Alter. So. Mal gucken. Genau. Machst du vieles physikalisch? Lol. Ja, du Teleport-Hacker, Alter. Machst du physikalisch überhaupt keinen Sinn, aber egal. Hä? Ach, komm einfach mit, okay. 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 So. Hä? Wie jetzt? Lol. Na gut, gehen wir mal hier weiter, zack, bumm, das sind voll die Nervigen, was wollen, ne, was, jetzt verbinde mal hier einfach, du auch, wie er es erlebt noch, auch gebe ich dir halt den geraden Stoß, ey, jetzt wäre weg, ja, du darfst jetzt sterben, ach, du heilige Scheiße, wie viel überlebt denn der, Oh, Freck, wie viel ist denn das, Oh, das dauert, meine Fresse, ey, Wahrscheinlich ist es nicht mal nötig, die alle zu killen, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, deine Chilter sind in mir, Oh, wie viele sind denn das, ach, leckt mich doch am Arsch, ey, guck mal auf euch, Was soll ich denn noch machen, warum zeigt das da hin, Ja, ok, und jetzt, Ich weiß nicht, ey, das gibt's doch nicht, Ok, das ist seltsam, ach, warte, ich schau kurz, Ach, Scheiße, ich hab keine Ahnung, wie das weitergehen soll, Mann, Die nervt mich ganz schön, wisst ihr das? Weiter, Ah, jetzt da, jetzt fährt sich das Ding aus, Oh, oh, ihr macht mir so Angst, oh, oh, wie schlimm ihr seid, Oh, oh, ihr habt ja, ihr, ihr, ich komm überhaupt nicht an euren Schilden vorbei, Ich mein, gut, in echt will ich einfach an ihren Schilden vorbeistürmen und in ihren Rücken stechen, Aber das ist ja Eragon, Das logischste Spiel der Welt, Verpisst euch jetzt alle, Wie geht's jetzt hier weiter? Muss jetzt wir alle killen, oder was? Ah, die Schnauze, Du bist vielleicht eine Ratte, Oh, ja, mit deinem einen Dolch da, Oh, ja, schiesse ich in die Mauer, ey, die Mauer hat's verdient, Ok, Hm, das ist seltsam, Na gut, das will ich ja noch auch mal, aber das bringt mir nichts, Ich denke, ich muss jetzt hier hinten alle abnetzeln, oder? Runde Scheiße, ey, Verpisst dich Ey, komm, jetzt geh weg, du Spastiker Ja, ja, deinen hässlichen Bogen, du dreckige Ratte, Alter, Verpisst dich jetzt aus meinem Feld, Du hässlich, Alter, wie die da rumstehen, ey, und wie eine Scheiße, ey, Verpisst dich, geh sterben, spritz Blut, Alter, Du hässlicher Fucker, ey, was zur Hölle, Und jetzt kümmere ich mich um euch, jetzt kümmere ich mich um euch, Meine Fresse, geh doch einfach nur sterben, Du bist kein Stück besser, du Miststück Du hässliche Scheißratte, ne? Stirb einfach nur, geh kacken Du dummer Hund Ach, Mann, was für ein Nerviger, ey Nur, weil die keiner haben will Okay, und jetzt? Du blöder Vollidiot Ja, du kackig Ah, endlich, ey Ah, ich will ja nicht wieder rausfliegen, Alter Spring, du Du bist so hohl, Eragon, du verpissst dich. Weiter, also. Hier. Gut, dass die uns nicht beim Augen und uns alle aufhalten. Oh Gott, fünf Männer. Voll der Grund, gleich einen Effekt zu machen. Na, falsche Taste, so. Oh, ich hab ja so Angst vor dir. Vor dir erst. Direkt du und dich schneid ich in Stücke, du Ratte. Ich nenn die Ratten, weil die so aussehen wie so kleine Ratten, so buckelig und so. Du wirst aber auch... Du wirst dich also anlegen, ha? Ja, heul, heul, renn, Alter. Da, da, da wirst du dich mit mir anlegen. Hässiges Kind. Ach, für Kinder, ey. Was ich mit dem Falschen angelegt. So, wo geh jetzt die Tür auf? Da. Rum und hier raus. Ach, hier macht ein Pferd Spaß. Ich verpiss mich. Jetzt im Kommentar, wenn du gerade zuschaust. Also, nur manchmal. Unnötig. Eron. Genau das. Ist so blöd wie so ein Stück Scheiße. So, so, irgendwie Scheiße auf dem Boot. Halt. Hör auf, dich so hässlich rumzurollen, du hässlicher Wichser. Ja? Haben wir uns jetzt. Du blödes Tricks. Kacke, weißt du was? Okay. Du wirst dich mit mir anlegen, ha? Ja, verreckene Flammen, Alter. Ich will, dass dein hässliches Seif verkohlt. Und du erst recht. Ihr haltet jetzt eure verscheißte Fresse. Haltet die Fresse. Und Eragon ist mach. Ich bin Eragon. Ich bring einfach Stützbecken zum Fliegen, ohne dass es einstützt. Ich bin sehr toll. Ich halte mich, guck mal, jetzt ganz genau hin auf Eragons Hände. Ich halte mich auch gerne in der Luft fest. Also so ein bisschen Luftstämmen, so, das mag ich gern. Bock auf dich. Schuchtel. Geh in den Turm. Turm ist viel cooler, hast du. Ja, whatever. Warum? Wie jetzt? Na, ich halte mich in eine andere Richtung. Na, war ja klar. Ach ja, toll. Jetzt trifft er plötzlich, oder was? Mach hin. Wie er hinter mir steht, darf man nur chillt, während der Effekt kommt. Der chillt so hinter mir. Oh, Eragon, du großer Zauberer. Wow. Ganz so viel, Eragon. Und tschüss. Die ganze Bastarde. Ich halte Bock mehr auf euch. Ich halte mich, servisier nur. Ach du Scheiße, ey. Haha, Idiot. Haha. Haha. Die Eragon nach hinten guckt, ey. Oh, du dämliche Trottel. Halt die Schnauze. Hat ihr es gesehen? Wie er sich umdreht, ein Eiskalfer oder sein Feuer nach hinten wegballert. Ich halte da runter. Mir wird es rein. Oh, ja, 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 komm her. Was? Schieße da gegen die Wand, ey. Jetzt bist du ruhig. Ja, weißt du, ich mach mir jetzt echt die Mühe und die Zeit, dass ich mich alle ummetze, weißt. Ihr habt doch auch echt keine Ideen. Ich höre ich dir noch echt langsam die Ideen aus. Mhm. Ist sicher. Ich tu mich jetzt mit allen hier anlegen. Boah. Mach hin. Schnauze du. Und rein in dieses Hoch. Hell, plötzlich sind alle Gegner weg. Bam, bam. Oh, drei Typen. Oh Gott, nochmal drei Typen. Oh Gott, wie schlimm. Ja, ich weiß. Gerade haben wir uns halt einfach mal mit Eiskalp mit 20.000 angelegt. Und jetzt kommen drei und ich soll Schiss haben, oder was? So, ihr werft mal die Schilder weg. Einmal eine Ratte gekillt. Dann haben wir eine Ratte mit Schild. Oh, die sind so rattig, wenn sie kein Schild mehr haben. Guck mal, hier rumstehen wie so kleine Ratten. Oh, wie sie zusammendrängen. Süß. Bam. Zeitlupe aufs Maul geben. Double Rattenkill hier. Brenn. Haha, Ratte. Guck mal, die Ratte da an der Ecke hockt und nichts traut. Mhm. Hige Schnauze. Du, jetzt deine Fresse. Du hässiger Typ. Ach, ich sehe. Du bist denn nochmal, oder? Wie die Ratte irgendwie nichts schafft. Komm, Ratte. Oh, ich hab die Ratte angezündet. Haha, wie direkt stirbt. Ey, so eine Ratte. Kannst du mal aufhören. Ah ja, ich schlag ihm auf den Rücken und es macht Kling, weil er pariert. Ich weiß. Ja, nicht so. Spiel. Aber die Logik. Die Logik. Geh mal auf, Tür. Auf, auf, wie ins Außerweltland. Ich geh mal hier lang. Da wusste ich, dass hier irgendwas ist. Weiter nach hier. Treppen hoch. Hier weiter hoch. Hier sind ein paar Langweiler. Tschüss. Geh rein. Okay. So kann ich ja noch erwartet. Oh. Ah ja. Auch hier. Hä? Wollen wir einfach rüber? Ne. Leider, leider geht das nicht. Der andere schießt auch immer durch die Decke durch. Oh, zwei Nerfigen. Bis durch. Loll, ich hab ihn runtergestoßen. Na gut. Weiter geht's. Wieder hier hoch und noch ein anderer Try machen. Ich schreibe es doch einfach mal auf die XP. Okay. So. Eragon. Du hast so eine scheiß Frisur. Selbst ein Tübel Glatze hat geilere Haare. Mein Shitface kann keiner ertragen. Ingi erinnert mich, warte mal, Ingi erinnert mich Ergon und Justin Bieber von der Frisur her. Okay, ich weiß, ich hab keine Ahnung, wie Justin Bieber aussieht und mich interessiert mich auch nicht voll dafür, aber irgendwie... So, mal gucken. Lauf mal hier entlang. Es sieht hier sehr vielversprechend aus. Aha, in zwei Kisten. Okay, wie geht's jetzt weiter? Äh... Loll, der eine hatte gerade einen Abspack. Ich glaub, ich muss... Ach, das sind Treppen, ey. Das hätte mir auch früher jemand sagen können. Ähm, ja. Rennen wir mal durch. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. E-P nehmen. Hier hangeln wir uns... Du Schürtel, steh nicht so dämlich rum. Wie jetzt kein Hangeln. Das muss für Hangeln sein. Aha. Ja, das kann man ziemlich an beiden Seiten nutzen. So. Ja, und jetzt? Ist das ein schlechter Witz, oder was? Wiem, wie siehst du da an, Aragorn? Wiem, wie siehst du da eigentlich an? Boah. Boah! Bum. Oh mein, was, du bist so blöd, Aragorn? Boom. Bam. So geht das. Jetzt lädt er, jetzt muss es kommen. Der verreckt ja ich mich. Im Mangel schon Pfeil in die Fresse und er verreckt mich echt. Jetzt doch nicht. Jetzt bist du dran, habe ich gesagt. Ja, lass mich raten, bekämpft jetzt doch irgendwie. Boah, das ist doch so unnötig. Ja, du bist so unnötig, Junge. Jetzt zünd dich einfach an. Du bist es gar nicht wert. So, klar. Blöde, Fotze, äh, verbrennen. Gucken. So, Moment, bin ich da. So. Hier, da. Jetzt ist das Ding immer noch nicht auf. Aber irgendwie scheint hier trotzdem zu sein. Was ist denn jetzt immer noch das Problem? Wo ist denn jetzt das Problem? Verdammt nochmal. Eragon, Alter. Hä? Hä? Ho. Wie ist das? Kann man es zerstören? Lol. Wie ist es weggefetzt hat? Wer ist das denn? Okay. Hallo? Wer sind sie denn? Okay. Ist ja jetzt irgendwie so. Ich zünd den einfach mal an. Haha, du brennst. Haha, du brennst. Oh. Haha, ich schieße mich fallen ab. Haha, ich schieße mich fallen ab. Oh. Haha, du brennst. Haha, du brennst. Haha. Ist das geil nervig. Hm. Ha, du brennst. Ha, du brennst. Ah, ha, 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 ha. Uh. Oh. Oh. Vorsicht zu, jetzt kommt die kleine Pussy. Haha. Ja, geil. Haui, hau ihn. Haui, da richtig schön. Wie geil ist das denn, ey. Und jetzt kriegst du nochmal. Ah, du brennst. Haha, du brennst. Haha. 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 Oh Gott, du bist ja der Pussy. Du Pussy. Oha. Oh. Ah. Das hat die. Aua, du brennst. Aua, du brennst. Ah. Langweiler. Was? Du glaubst ich, äh, ich brenn? Äh, äh, äh. Dazu sag ich nur eins. Äh. 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 Wo ist er? Du brennst. Haha. Ach. Fotze. Ich schlag ihm auf den Arsch und das macht Pling. Da, du brennst. Schlag ihn. Äh, ich bin so toll. Äh. Ich kann das auch. Äh. 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 Das ist so ein Witzigen, ey. Haha. Guck mal, wie das Opfer aussieht, ey. Wie so ne Tunte. Oh, du bist ja so toll. Du kannst brennen. Ich kann dich auch zum Brennen bringen, ja? Äh. 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 Was mich interessieren, ob dieser, äh, super Old-Haupt-Pfeiler mehr bringt. Da guck ich schlag auf seinen komischen. Naja, du immer. Guck mal. Ja. Wf. Du wirst dich noch rumteleportieren. Weiß nicht, was es wird, aber... Ach du Scheiße, ey. Ich übertreibe es doch nicht. Äh. Wird jetzt hier mal wegteleportieren, wenn ich ihm gerade Bramms geben will. Oh, jetzt halt doch immer die Schnauze da hinten, ey. Hat der gerade... Hat der gerade den Pfeils in der Hand gehalten? Oh Gott, ist das geil. Oh, wie lange brauchst du denn, ey? Ich renne mal ein bisschen dumm in der Gegend rum. Da. Äh. Ich bin so teuer. Ich bin die Tunde hier mit roten Haaren. Und, äh. Guck mal, das sieht aus. Schau mal, wo mein Gesicht alles sieht aus. Das sieht aus, als hätte zu viel Schminke aufgetragen. Du brennst. Renn im Leg. So lange hat der Leg aber so lange nicht mal gedauert. Oh, du kannst doch wieder aufhören zu Leggen, Spiel. Ich bin Eragon. Verwiss dich. Oh, ich hab so tolle Schwerter, die rumfliegen können und so. Das fühl ich mich voll cool. Ich bin ein pinken Tussi-Schminktyp. So. Mal jetzt, wo wir ihn besiegen. Auf einmal. Mal jetzt. Das letzte, was ein Dragonrider hier hört, ist, bevor ich... ...konsumiert von der Tod. Das ist eine Tundenfresse. Was machst du hier? Oh, nein! Erzähl mal! Wrong, ich werde dich nicht rauslassen. Tja, versuche mir, wie schön dein Leben aus sein wird. Ja, das Schwert Uh, Eragon Ah, kommen wir jetzt da wieder rein, oder wie? Nee, da kommt jetzt Saphira Das war wer sonst Uh, das liegt jetzt aber ein bisschen Frage mich nicht, wieso Ah, er ist da Komisch, hier 30 FPS, aber das Video laggt Das ist wohl am Spiel Ah, ja, dann give a shit Ah, die sind give a shit Ha, ihr Failors, ihr trefft schon mal Saphira Und das ist so ein riesen 30 Meter Ding Mir sollte echt mal, äh, Skill zulegen Ah, fertig Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao